Die heutige Folge vom Mein Athlet Leichtathletik Podcast wird von Novafon präsentiert, dem Regenerationspartner der Deutschen Leichtathletik Nationalmannschaft. Nach dem Training ist vor dem Training und deshalb gehört zu jeder Nachbereitung auch eine Lockerung der Muskulatur und des Gewebes, denn so kann man Verletzungen vorbeugen und die Regeneration beschleunigen. Das Novafon arbeitet mit Vibrationen in zwei verschiedenen Frequenzbereichen, mit 100 Hertz für eine Schmerzlinderung oder mit 50 zur Entspannung und zur Lockerung des Gewebes und trotz der besonders schonenden Funktionsweise erreicht das Novafon bis zu 6 Zentimeter tiefliegende Gewebeschichten. Wenn du also nach intensiven Läufen oder langen Krafteinheiten etwas für deine Regeneration und Verletzungsprophylaxe machen möchtest, sollte das Novafon in deiner Sporttasche nicht fehlen. Und mit dem Gutscheincode meinathlet10 bekommst du 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Näheres dazu findest du in den Shownotes. Mein Name ist Benjamin Brömmel und herzlich willkommen zu meinathlet-Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist der Extremsportler Jonas Deichmann. Jonas hat als erster Mensch überhaupt die Erde im Triathlon umrundet und kam am Ende auf über 120 vollendete Ironman-Distanzen. Dabei ist er durch das Mittelmeer geschwommen, mit dem Fahrrad unter anderem durch Sibirien gefahren und durchquerte in unzähligen Marathon-Distanzen Mexiko von der Pazifik bis zur Karibik-Küste. Ich wollte von ihm natürlich wissen, wie er auf die Idee zu diesem Projekt gekommen ist und ich wollte von ihm natürlich auch erfahren, was er während der 430 Tagen alles so erlebt hat. Ja, der Kontrast war einfach enorm. In Sibirien war ich komplett allein unterwegs. Ich kann kein Russisch, die können kein Englisch. Das heißt, ich habe praktisch keine Leute gesehen, mit niemandem gesprochen für Wochen. Und in Mexiko sind dann Menschenmaßen hinter mir hergerannt. Und Surreal ist ein gutes Wort, weil was dann da passiert ist, das ist, das kann man sich gar nicht erträumen. Also wenn man ein Skript für den Film machen würde und das so entwerfen würde, dann würde wahrscheinlich die Leute sagen, das stimmt ja nicht, das ist ja alles erfunden. Aber genau so war es. Und ich habe dann irgendwann Polizeiscordet bekommen und das war dann auch irgendwann waren es dann immer mehr und mehr. Ich habe dann in Leon einmal gezählt. Das waren neun Polizeicups, ein gepanzertes Fahrzeug mit Maschinengewehr oben drauf und elf Motorräder, die von mir her gefahren sind. Und die haben die auf der Hauptstraße durch die Millionenstadt, haben die für mich die Ampeln und Straßenkreuzungen abgesperrt, damit ich da freien Lauf habe. Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Ja, herzlich willkommen Jonas. Ja, danke. Ich freue mich drauf. Jonas, ich habe es eben im Intro schon angesprochen. Du bist der erste Mensch, der einen Triathlon um die Welt gemacht hat. Und wenn man das so hört, die erste Frage, die mir da in den Sinn kommt, wie kommt man eigentlich auf die Idee, so etwas zu machen? Also die Idee ist natürlich auch über längere Zeit in meinem Kopf gereift. Ich habe die letzten vier Jahre verschiedene Fahrrad-Weltrekorde aufgestellt, bin immer so schnell wie möglich einen Kontinent durchquert. Habe da zuerst Europa und Asien gemacht, den Rekord, dann die Panamerikaner von Alaska nach Feuerland und dann vor zwei Jahren Cape to Cape, da bin ich vom Nordkap in Norwegen bis nach Kapstadt, Südafrika in 18.000 Kilometer in 72 Tagen geradelt. Und wo ich damals in Afrika war, da kam dann der Gedanke, ich möchte mal gerne eine neue Disziplin machen. Ich habe auf dem Fahrrad irgendwie jetzt fast alles gesehen, also zumindest von Situationen und ich war bereit für eine neue Herausforderung. Und ich bin immer ein sehr anständiger Läufer gewesen, aber schwimmen hatte ich, also ich habe Seepferdchen gehabt, ich war ein bisschen besser als ein absoluter Beginner. Da klang das super spannend und als Abenteurer hat man natürlich immer den Traum einmal um die Welt. Und so kam dann der Gedanke und die Idee, warum nicht einen Triathlon rund um die Welt zu machen. Ja, du hast es angesprochen, von Kap zu Kap, dann die Panamerikaner. Hast du einen Überblick, wie viele Kilometer du auf dem Fahrrad zurückgelegt hast? Genau weiß ich nicht mehr, aber es dürfte jetzt mittlerweile etwa eine halbe Million sein in meinem Leben. Ich bin die letzten Jahre immer circa 50.000 gefahren pro Jahr, bin früher auch Radrennen gefahren, also ich fahre, seit ich klein bin, relativ viel Fahrrad. Und jetzt die großen Projekte, Panamerika allein waren ja 23.000, Cape to Cape 18.000. Und da kommt dann einiges zusammen. Aber ich sage mal, dann so ein Triathlon um die Welt ist ja schon nochmal was anderes, weil auf dem Fahrrad hat man ja schon eine recht gute Durchschnittsgeschwindigkeit. Beim Laufen sieht es nicht ganz so aus und beim Schwimmen wird es dann nochmal langsamer, gerade auch wenn du sagst, du hast ein Seepferdchen, aber warst jetzt wahrscheinlich nicht der professionelle Schwimmer. Wie sieht da die Vorbereitung, wie sah da deine Vorbereitung aus für dieses Vorhaben? Ich denke mal, auf dem Rad warst du fit, aber das Laufen und das Schwimmen ist ja dann immer nochmal was anderes. Also von der Vorbereitung habe ich natürlich sehr, sehr viel Logistik gemacht. Gerade beim Schwimmen, man kann nicht gegen die Strömung schwimmen und es ist teilweise auch ziemlich gefährlich. Das heißt, da war extrem viel logistische Planung dahinter. Und ansonsten von den drei Disziplinen ist vollkommen richtig. Fahrradfahren, das trainiere ich und nebenbei halte mich halt fit. Aber das kann ich. Ich bin ja das ganze Projekt auch unsupported unterwegs gewesen. Also ich habe kein Begleitboot oder Begleitfahrzeug gehabt. Beim Laufen habe ich so einen Anhänger hinter mir hergezogen und beim Schwimmen so ein kleines Floß mit meiner Ausrüstung. Und dafür habe ich fürs Laufen zum Beispiel sehr speziell trainiert, indem ich mir mit einem Seil, mit so einer Art Harness zwei Autoreifen hinten an die Hüfte gebunden habe und bin mit denen dann hier im Schweizer Jura die Berge hochgerannt, um einfach zu simulieren, wie ist es mit so einem Anhänger auch die Berge hochzurennen. Und natürlich ganz, ganz viel Grundlagen Ausdauertraining. Und beim Schwimmen war das der Plan ähnlich, aber dann war ja Corona und die Schwimmmeter waren zu. Also ich habe praktisch nicht trainiert gehabt und bin schwimmen gewesen und einmal der Länge nach durch den Bodensee als letzte Vorbereitung und letzter Test. Und dann bin ich aber ohne besondere Technik oder irgendwas ins Mittelmeer gestiegen. Und dementsprechend haben sich auch meine Zeiten verändert. Ich bin von Tag eins zu 54 Tage im Wasser gewesen. Das sind meine Schwimmzeiten pro Kilometer. Mehr als 30 Prozent haben sie sich verbessert. Was nicht daran liegt, dass ich ein sehr guter Schwimmer geworden bin, sondern einfach, dass ich an sehr niedrigem Niveau gestartet habe. Aber ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass man die Bedingungen im Bodensee nicht mit denen im Mittelmeer vergleichen kann. Oder siehst du das anders? Das ist vollkommen richtig. Im Bodensee, das ist wie wenn man im Flachen auf dem Fahrrad mit Rückenwind trainiert, um dann sich auf die Alpen vorzubereiten. Es ist ein kleiner Unterschied. Im Bodensee gibt es kaum Strömungen, es gibt kaum Wind. Also alles natürlich relativ gesehen. Und es ist Süßwasser. Ich habe in der Adria massiv Probleme mit dem Salzwasser gehabt, was mir natürlich die Haut zerstört hat. Quallen hat es gegeben und Windströmungen, Wetterveränderungen, ist halt alles viel, viel extremer als im See. Und da hatte ich auch die Logistik, weil einfach die Distanzen länger sind. Und ich habe dann auch oft nichts zu essen gehabt. Die Schlafplätze, man kommt ja auch nicht überall an Land. Das war, ja, ich bin froh, meine Schwimmkarriere ist vorbei. Ich muss aber nochmal ganz kurz zurück zu der Vorbereitung im Lauftraining. Du hast gesagt, du hast dir im Prinzip über ein Gurtsystem zwei Reifen hinten an Seilen befestigt. War das dann über den Boden geschliffen oder hingen die an der Achse, dass du im Prinzip schon einen Anhänger hinter dir hattest? Oder waren es wirklich, in der Leichtathletik gibt es so Zugwiderstandsläufe, wo man wirklich einen Schlitten mit Gewichten hinter sich herzieht. War es eher sowas? Das war genau sowas. Also ich habe die Autoreifen ohne Rollen oder irgendwas, sind die einfach auf den Boden gelegen und ich habe sie hinter mir hergezogen mit der Schnur. Und da ging es eben genau darum. Ich bin ja jetzt auch in Mexiko dann durch die Sierra Madre ETC gelaufen. Also es waren auch einige Höhenmeter dabei mit einem Anhänger im Schlepptau. Und es sind einfach andere Muskeln, die man braucht. Also gerade im unteren Rücken braucht man da ziemlich viele Muskeln. Und das habe ich mit den Autoreifen simuliert. Ich habe auch so ein Stück weit mich auch noch in deine Vorbereitung eingelesen. Unter anderem warst du in einer Kältekammer der Deutschen Bahn System, um so ein bisschen die Temperaturen, ich glaube in Russland, Sibirien zu simulieren. Und in dem Sportgeflüster-Podcast habe ich auch eine Geschichte gehört, dass du bis zu zehn Stunden zu Hause auf einem Heimtrainer saß und trainiert hast. Und wie sah denn da deine Ablenkung aus während dieser zehn Stunden? Genau. Also in der Kältekammer war ich noch, wo es sich dann, ich hatte ja ursprünglich das Projekt vor Corona geplant und hatte eine Route von der Türkei über Iran, Pakistan, Indien, Südostasien, wo es alles schön warm und sonnig gewesen wäre, geplant gehabt. Und dann kam die erste Corona-Welle und ich bin dann nach der zweiten, nach der ersten Welle los. Und da war schon klar, die meisten Grenzen sind zu. Es wird wahrscheinlich doch Richtung Russland gehen im Winter. Und war dafür zur Vorbereitung nochmal in der Kältekammer. Da hat es minus 24 Grad drin gehabt, aber sie hat noch eine Vereisungs- und Wind- und Schneeanlage. Also es war so ein richtiger schöner sibirischer Schneesturm da drin, den wir simuliert haben. Da war ich dann vier Stunden drin auf dem Hometrainer auf meinem Fahrrad und habe geschaut, zum einen, wie reagiere ich? Was macht meine Kleidung? Genauso aber auch wichtig, was ist zum Beispiel mit der Elektronik? Funktioniert die Powerbank und mein Tracker und meine Kamera noch? Und auch am Fahrrad, was ist mit den Lagern und der Kette und die Schmierstoffe? Weil die Kette friert einfach ein bei den Temperaturen, wenn man das falsche Öl hat. Und solche Sachen. Und das waren super Informationen dann auch für die Russland-Querung. Und die zweite Frage war ja mit der weißen Wand zum Beispiel. Ist auch was um, klar braucht man einen guten Körper und muss fit sein. Aber je länger das das Ganze geht, desto mehr wird es zur Kopfsache. Am Ende, ich muss jeden Morgen aufstehen und denken, ja, heute laufe ich einen Marathon oder heute fahre ich 200 Kilometer Fahrrad. Ganz egal, was für Bedingungen es draußen sind. Also es ist, 95% ist mental für mich. Und um das zu trainieren, mache ich das jetzt natürlich nicht regelmäßig, weil es auch ziemlich langweilig ist. Aber ab und zu das Fahrrad auf dem Hometrainer vor der weiße Wand stellen und dann da zehn Stunden lang fahren, ohne Ablenkung, also ohne Musik oder irgendwas. Und da geht es einfach darum, sich selbst zu beschäftigen und zu motivieren. Und das hilft dann, wenn es mal hart wird. Aber wie sieht das aus? Weil zehn Stunden, die können mit Ablenkung schon lang sein. Aber wenn man dabei auf eine weiße Wand starrt, während einer körperlichen Belastung, ich kann es mir gerade nicht vorstellen, das durchzustehen. Es ist nicht einfach und genau darum geht es ja. Man muss, man auf dem Fahrrad zehn Stunden zu fahren, das ist kein Problem von der körperlichen Leistung her. Auf dem Hometrainer schon gar nicht. Also es ist letztendlich eine reine Motivationsfrage, eine reine Frage der Ablenkung, sich selbst zu beschäftigen. Und das ist am Ende dann, wenn man ans Schwimmen denkt beispielsweise, das ist gar nicht so anders. Beim Schwimmen, da sieht man nämlich nichts. Laufen und Radfahren ist interessant, aber beim Schwimmen, da ist einfach nur Wasser den ganzen Tag. Und ein bisschen Plastikmüll ab und zu, weil sonst ist da nichts. Und daher sind die Herausforderungen da ziemlich ähnlich vom Kopf her. Aber bist du dann in der Planung, dass du die Gedanken über, weiß ich nicht, deine Expedition machst? Das fände ich mal interessant. Genau, also ich denke, normalerweise sehr zukunftsorientiert. Also während ich da unterwegs bin, denke ich immer meine nächsten Projekte durch und träume von neuen Expeditionen. Und ich singe auch gerne und plane da so meine nächsten Projekte. Und da vergeht dann die Zeit irgendwie. Was sind so die Top drei Lieder, die da gesungen werden? Also ich bin jetzt gerade auf der Laufstrecke, dann durch Mexiko, bin ich ein ganz großer Fan vom Forrest Gump Soundtrack geworden. Und da gibt es dann so On the Road Again und solche Lieder. Also die Filmmusik, die lief da bei mir in der Endlosschleife. Und wir haben ja jetzt schon so ein paar Streckenabschnitte angeschnitten. Also du hast gerade über Mexiko gesprochen. Russland war mit auf der Strecke. Vielleicht kannst du den Zuhörern mal deine genaue Wegstrecke beschreiben. Von wo ging es denn los? In welche Richtung? Also ich bin im September 2020 in München gestartet und bin erst über die Alpen an die Adria geradelt. Also die Fahrradstrecke hatte ich ein bisschen unterteilt, damit es irgendwie auch von geografisch geht. Bin dann praktisch die komplette kroatische Küste entlang geschwommen. 460 Kilometer bis nach Dubrovnik. Und bin dann auf dem Fahrrad weiter über den Balkan. Erst in die Türkei, wo ich dann allerdings Corona-bedingt wegen Grenzschließungen musste ich einmal die Route ändern und bin dann wieder über Osteuropa und die Ukraine nach Russland eingereist und dann quer durch Sibirien bis nach Vladivostok geradelt. Und die Laufstrecke war dann einmal 5.000 Kilometer quer durch Mexiko von Tijuana bis nach Cancun. Und dann am Ende nochmal 4.000 Kilometer ausrollend auf dem Fahrrad von Portugal zurück nach München. Also insgesamt waren es 460 schwimmen, fast 22.000 radeln und knapp über 5.000 Kilometer laufen. Also ziemlich genau die 120-fache Ironman-Distanz. Also ja, absolut beeindruckend. Und du hast es angesprochen, du bist im September gestartet, hast dich aufgrund dessen auch schon in der Kältekammer vorbereitet. Aber kann man den sibirischen Winter dann tatsächlich in so einer Kältekammer simulieren? Oder war es dann vor Ort dann doch nochmal anders, als du es dir vorgestellt hast? Man kann es bedingt simulieren. Aus dem einfachen Grund, die härtesten Tage am Ende in der Praxis in Sibirien, das war nicht die, wo es minus 20 Grad hatte. Es war nicht die extreme Kälte, weil wenn es minus 20 Grad hat, dann ist es trocken. Es ist eine sehr, sehr trockene Kälte. Die schwierigsten Tage für mich, die waren dann schon im Frühjahr. Wenn es dann tagsüber so um die 0 Grad hatte, Schneeregen beispielsweise und dann nachts minus 15 Grad und ich bin irgendwo in der Wildnis im Zelt und alles ist patschnass. Das sind die wirklich schwierigen Tage und das hatte ich natürlich auch, ja man kann mal das Wetter simulieren, aber es wird ja erst nach ein paar Stunden wirklich ungemütlich. Wo das Ganze aber allerdings extrem geholfen hat, ist so Sachen, gerade technische Fragen. Was passiert mit der Elektronik bei den Temperaturen? Auch die Schmierstoffe, also die Kette zum Beispiel, die friert ja ein. Wie kann man die wieder auftauen? Das hilft nur gegenpinkeln. Und solche Dinge und da hat die Kältekammer natürlich massiv geholfen. Genauso auch mit, ich fahre ja normalerweise tubeless am Fahrrad, also dass Milch und kein Schlauch drin ist. Das funktioniert bei den Temperaturen aber nicht mehr, weil die Milch ganz einfach gefriert. Und das sind so Sachen, die man im Labor oder in der Kältekammer wunderbar testen kann. Aber auf der anderen Seite dann, wenn du gerade sagst, um den Gefrierpunkt, die Tage waren die schwierigsten, diese feuchte Kälte, dass selbst die beste Kleidung wird auch irgendwann mal kalt. Also wie hast du das gemacht, dich da gegen Erfrierung von den Fingern oder vielleicht Füßen auch zu schützen? Weil klar, man hat eine gewisse Belastung, der Körper heizt sich auf, aber das geht ja dann auch irgendwann nicht mehr bis in die letzte Fingerkuppe. Das Allerwichtigste war immer trockenschlafen. Das heißt, auf dem Fahrrad, solange ich in Bewegung bin, klar wird es mal kalt und ungemütlich, aber mit guter Kleidung, ich habe vor allen Dingen sehr, sehr gutes Stiefel gehabt und Handschuhe, da war das alles immer irgendwie okay. Schlimm wird es, wenn man dann anhält und abends irgendwo zeltet und irgendwo ist Feuchtigkeit. Und daher, wenn ich jetzt wusste, da kommt jetzt mal lange Zeit nichts und ich zählte mehrere Tage hintereinander und es hat geregnet oder es war aus irgendeinem Grund nass und dann nachts minus 15 Grad, dann habe ich am Morgen auch meine nasse, meine nassen, steif gefrorenen Socken und Schuhe angezogen und habe dann auch bewusst, aus meiner trockenen Kleidung bin ich da in die Nasse rein zum Fahren, weil damit die trockene trocken bleibt für die Nacht. Denn die Priorität Nummer eins war immer, nachts musst du trocken sein. Und das ist so die Hölle, wenn man dann morgens im Zelt bei Minustemperaturen aufwacht und dann geht es jetzt rein in die steif gefrorenen Socken und Schuhe und das nächste Café ist halt noch 100 Kilometer weg. Ich könnte mir vorstellen, dass das die größte Herausforderung dann des jeweiligen Tages ist. Also aus dem, ich sage mal, halbwegs warmen Zelt in die gefrorenen Socken rein. Ja, das war immer das Highlight. Aber es ist auch, wie bei vielen Dingen im Leben, die Vorstellung davon ist schlimmer, als es eigentlich ist. Das heißt, das Schlimmste sind immer die Ersten, das in die Socken reingehen und das Losfahren. Wenn man einmal in Bewegung ist, dann, ja, Spaß macht es nicht, aber es ist nicht mehr ganz so schlimm. Ja. Wir haben jetzt schon so ein Stück weit über die recht harten Bedingungen in Sibirien geredet, aber gab es da auch vielleicht auch den einen oder anderen schönen Moment? Weil ich sage mal, der Winter in Sibirien hat ja auch seine schönen Seiten. Du bist am Baikalsee unter anderem vorbeigefahren, einen wunderschönen See, ich glaube, mit einer der ältesten Seen der Welt. Gab es in die Richtung vielleicht noch interessante Geschichten? Auf jeden Fall. Also ich mache das Ganze ja auch wegen den besonderen Momenten. Und von den tollen Momenten, da nehme ich dann die Kraft, um auch durch die Harten zu gehen. Im sibirischen Winter, da gibt es doch oft auch tagelang wenig zu lachen, aber auch da gibt es Highlights. Und das ist oft einfach so die grandiose Winterlandschaft im Uralgebirge und insbesondere am Baikalsee. Das ist einfach ein ganz besonderer Ort. Ich habe mir das, ja, tausende Kilometer visualisiert, weil da wollte ich hin. Und ich bin dann angekommen. Es war noch ein bisschen früh in der Saison, denn der war noch zugefroren, der See. Ich habe aber als allererstes mal mit Steinen ein Loch reingemacht und bin eisbaden gegangen und habe dann auf dem See gezeltet, auf dem Eis. Und das ist sensationell. Also man ist da wirklich einfach mitten in der Wildnis, im tiefsten Sibirien. Und das Eis, das macht ja auch Geräusche. Also man schläft da drauf. Das ist erst ein sehr seltsames Gefühl am Anfang, aber man ist einfach mitten in der Natur. Ganz, ganz toll. Wahrscheinlich auch Mutterseelen allein. Ja, also da ist nicht viel drumherum. Der Baikalsee ist jetzt natürlich nicht der einsamste Ort von Sibirien, denn da gibt es natürlich Fischer, ETC. Es gibt kleine Ortschaften. Es gibt da andere Gegenden in Sibirien, wo dann die nächste Ortschaft oder das nächste Haus dann doch ein paar Stündchen entfernt ist. Wir haben uns ja jetzt schon ein Stück weit über deine Radetappe in Asien unterhalten. Mich würde aber auch brennend interessieren, wie es dann auf der Marathonstrecke weiterging. Bis du in Mexiko angekommen bist, warst du ja schon mehrere Monate unterwegs, ich glaube über ein halbes Jahr. Und da stelle ich mir einfach die Frage, wie ist es, wenn man nach so einer langen Zeit dann das erste Mal die Laufschuhe wieder anzieht und sich auf die erste Marathon-Distanz macht. Also das wird sich mit Sicherheit nicht so angefühlt haben, wie wenn man sich explizit auf einen Marathon vorbereitet hat. Also es war die absolute Hölle. Ich bin genau sieben Monate lang nicht gerannt, also gar nicht. Ich bin da geschwommen und geradelt. Das heißt, ich hatte natürlich die Ausdauer. Also von der Ausdauer her ist ein Marathon für mich wirklich nicht weit. Aber es sind komplett andere Muskeln. Und ich bin an Tag 1 und 2 exakt die 42 gelaufen. Und ich habe mich die ersten Tage abends, wenn ich ins Restaurant gegangen bin, ich muss mich am Geländer irgendwie festhalten und die Treppe hochziehen, weil meine Muskeln, ich bin halt gehumpelt. Es war halt ganz viele kleine Muskelfaserrisse, nehme ich mal an. Und das ging dann die ersten Tage so. Und dann wurde es von Tag zu Tag besser. Und ich kann definitiv sagen, Marathon Nummer 120 war für mich deutlich einfacher als Marathon Nummer 1. Du hast auch während dieser Zeit keine schwerwiegenderen Beschwerden bekommen in den Fußgelenken oder am Knie? Also am Knie hatte ich in meinem ganzen Leben noch nie Probleme. Im Fußgelenk hatte ich so zwischendrin einmal bei, ich würde sagen, nach ca. 40 bis 50 Marathons, kurz vor Mexikos Stadt, da hatte ich mal drei, vier Tage lang Probleme mit dem Fußgelenk. Und dann habe ich einen Erholungstag eingelegt mit 35 Kilometern. Und dann waren die Probleme weg und sind nicht mehr wiedergekommen. Der Erholungstag war auch noch bei 35 Kilometern. Ich finde das super interessant, weil einige meiner Gäste sind auch aus dem Marathon-Bereich. Und da kommt auch immer die Frage auf, wie viele Kilometer, Trainingskilometer machst du in der Spitze in der Woche? Und die Top-Läufer kommen dann schon auch mal über 200, 220 Kilometer pro Woche. Hast du eine Erklärung dafür, warum das im Prinzip so gut lief? Also ich mache kein Stretching, ich nehme nichts Besonderes an irgendwelchen Vitaminen und so weiter, sondern ich laufe einfach langsam meinen Rhythmus. Also ich bin auch nicht schnell, ich habe so am Ende ca. 5 Stunden pro Laufzeit, pro Marathon. Aber natürlich auch Tage, ich habe auch mal 65 Kilometer Tappen gemacht. Also dann ist man auch 7, 8 Stunden unterwegs und noch mit Anhängern dabei, was noch mal was anderes ist. Aber ich habe dafür auch letztendlich keine Erklärung. Ich laufe einfach meinen Rhythmus und es macht Spaß. Ich bin motiviert und ich habe keine größeren Probleme. Mein Cousin ist Physio und der hat mich jetzt vor drei Wochen einmal komplett durchgecheckt. Und weil ich einfach sehen wollte, habe ich wirklich jetzt keine körperlichen Schäden auch davon getragen. Und er hat gesagt, er hat erwartet, dass ich komplett verkrampft werde, keinerlei Flexibilität hätte und nichts. Und er hat gesagt, ich habe mich angeschaut und man könnte jetzt nicht sehen, dass ich jetzt nur Marathons gelaufen bin. Also ich habe wohl eine gute Anatomie vom Laufen, aber das mache ich nicht bewusst, sondern es ist einfach so. Ich habe einfach die Probleme nicht. Eine andere Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie hast du dich ernährt? Wie viel musstest du essen? Weil da kommst du ja nicht mit drei, dreieinhalbtausend Kalorien pro Tag durch. Und ja, auch wenn man durch Mexiko läuft, du wirst ja jetzt nicht die ganze Zeit Energieriegel bei dir gehabt haben. Normalerweise nach 30, 35 Kilometern wird es auch schwierig für den Magen. Also wie sah der ganze Bereich Ernährung da bei dir aus? Also hier auch an der Stelle ganz wichtig, dass ich ja ohne Begleitauto unterwegs war. Das heißt, ich habe jetzt einfach niemanden gehabt, der mir meine Pasta und Energieriegel gereicht hat. Ich habe immer so ein paar für Notfälle dabei gehabt, aber natürlich, dann muss ich auch hinter mir herschleppen. Also so viele waren das nicht. Und in der Praxis, ich esse so viel wie möglich und alles, was ich finde. Also Tacos, Schokoriegel, Kekse, Würmer, alles, was es halt so gibt. Und auch Fastfood. Also ich kann auch bei McDonalds essen und performen. Auch das geht. Und ich habe mich über die Jahre wirklich darauf gewöhnt, solange ich genug esse, kann ich performen. Und ganz egal, was es ist. Ich habe interessanterweise bei den drei Disziplinen hat sich mein Körperbau komplett verändert. Also beim Schwimmen und Radfahren habe ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr verbrannt als beim Laufen. Einfach aufgrund der Kälte. Habe aber auch deutlich mehr gegessen. Also gerade beim Radfahren habe ich ja auch nonstop essen können. Und habe mir auch zum Beispiel in den Kaffee immer noch Butter rein geschmolzen, um nochmal Kalorien zu bekommen. Und beim Laufen hatte ich immer so das Problem, dass ich einfach nicht so richtig hungrig war, weil halt der Magen irgendwie auch immer in Bewegung ist. Und ich habe auf der Laufstrecke über zehn Kilo abgenommen. Was aber auch wahrscheinlich gut ist, weil das heißt dann auch weniger Gewicht auf Gelenken und Knien. Also man muss ja auch leicht sein als Ultraläuter. Gab es denn in Mexiko auch ausgefallene Sachen? Also ich würde mal ein Stichwort in den Raum schmeißen. La Coqueta. Ob du vielleicht dazu mal was sagen könntest. Also Mexiko war total verrückt. Es war eine ganz große Party. Ich bin gestartet an der Grenzmauer in Tijuana und ich war ganz allein. Kein Mensch hat mich gekannt. Und am Ende bin ich in nationaler Berühmtheit gewesen in Mexiko. Und das begann alles mit La Coqueta. Das ist eine Straßenhündin, die mir im Bundesstaat Durango, also so nach circa fünf Wochen, aus irgendeinem Grund einfach gefolgt ist. Und die ist für 130 Kilometer mit mir mitgerannt. Hat dann auch von meinem Zelt übernachtet, hat vom Supermarkt gewartet. Also ich bin sie auch nicht mehr losgeworden. Und ich bin dann irgendwann noch im regionalen Fernsehen gewesen und habe gesagt, ich suche jemanden, der sie adoptiert. Und wie das so in Mexiko ist. Sie wurde dann adoptiert und hat dann großen Empfang bekommen vom Bürgermeister und der Gemeinde. Und sie hat eine Medaille auch um den Hals bekommen, wurde zur Ehrenbürgerin oder Ehrenhündin ernannt. Also so ein Eintrag ins Goldene Buch, würde man das in Deutschland nennen. Und dann kam das nationale Fernsehen, also wie ARD, ZDF und hat sie besucht und eine große Reportage über sie gemacht. Und am nächsten Tag war auch ich in Mexiko auf Titelseite, auf allen Seitungen, in jedem Fernsehsender als El Forrest Gump, Allemann, der deutsche Forrest Gump. Und danach war ich nie wieder allein. Danach sind dann erst zehn, dann hundert, dann teilweise tausende Leute hinter mir hergerannt. Und ich habe Polizeieskorte bekommen und einen großen Empfang in jedem Ort. Ich habe nicht mehr im Zelt übernachtet, sondern wurde überall in Luxushotels eingeladen. Und meine ganze Reise hat sich ziemlich verändert. Ich stelle mir das als eine ziemlich surreale Erfahrung vor. Ich glaube nicht, dass es was ist, womit man rechnet, wenn man so ein Triathlon plant. Und auch, denke ich mal, dass die Zeit in Russland da auch eine ganz andere war. Und ich stelle es mir ziemlich abgefahren vor, wenn dann plötzlich mehrere hundert Leute gemeinsam mit mir da durch die Gegend joggen. Also der Kontrast war einfach enorm. In Sibirien war ich komplett allein unterwegs. Ich kann kein Russisch, die können kein Englisch. Das heißt, ich habe praktisch keine Leute gesehen, mit niemandem gesprochen für Wochen. Und in Mexiko sind dann Menschenmassen hinter mir hergerannt. Und surreal ist ein gutes Wort, weil was dann da passiert ist, das kann man sich gar nicht erträumen. Also wenn man ein Skript für den Film machen würde und das so entwerfen würde, dann würde wahrscheinlich die Leute sagen, das stimmt ja nicht. Das ist ja alles erfunden. Aber genau so war es. Und ich habe dann irgendwann Polizeiscordet bekommen und irgendwann waren es dann immer mehr und mehr. Ich habe dann in Leon einmal gezählt. Das waren neun Polizeipickups, ein gepanzertes Fahrzeug mit Maschinengewehr obendrauf und elf Motorräder, die von mir hergefahren sind. Und die haben auf der Hauptstraße durch die Millionenstadt für mich die Ampeln und Straßenkreuzungen abgesperrt, damit ich da freien Lauf habe. Also es ist so ein Service, den hat in Deutschland vielleicht der Bundeskanzler, aber wahrscheinlich noch nicht mal mehr. Und so Sachen sind ständig passiert. Dann kamen die Drogenkartelle und haben mir ein bisschen Gesellschaft geleistet. Ja, einfach total verrückt. Ich glaube, da muss man sich ab und zu mal kneifen, damit man merkt, dass man nicht träumt. Also neun Polizeifahrzeuge, die einen begleiten. Du hast jetzt auch gerade das Kartell angesprochen oder die Kartelle. Zum Teil bist du ja durch Gebiete gelaufen, die von den Kartellen kontrolliert werden. Du hattest dann tatsächlich auch Kontakt zu diesen Leuten. Hattest du ein ungutes Gefühl? Wie ist das da abgelaufen? Das stecht mir auch ziemlich spannend vor, solche Situationen. Also mein erster Kontakt mit den Kartellen war in der Sierra Madre. Da bin ich so eine kleine Bergstraße hochgelaufen. Und unten in der letzten Stadt hat schon die Kellnerin im Restaurant, hat sie mir gesagt, Herr Jonas, wenn da irgendjemand mit einer Waffe kommt und dich anhält, mach dir da keine Sorge. Wir sind nur das lokale Kartell, die machen dir nichts. Okay, interessant. Und dann bin ich da hochgerannt und dann kamen auch ziemlich schnell zwei Männer auf dem Motorrad an mit Maschinenpistolen. und haben mich angehalten und haben nur gemeint, Herr Jonas, wir haben schon auf dich gewartet. Du weißt, wir sind hier die Chefs und du musst dir keine Sorgen machen. Wir passen auf dich auf. Wir folgen dir auf Instagram und wir hätten doch gerne ein Selfie mit dir. Und das war eins der berüchtigsten Kartelle in Mexiko. Und auch danach dann, also ich war dann unter ihrem Schutz, weil sie haben ja kein Interesse an mir, dass mir irgendwas passiert. Und auch später dann hatte ich ja viele Einladungen auch aus der Politik und aus gehobenen Kreisen in Mexiko. Und nicht alle, aber da sind natürlich auch Verbindungen bei einigen zu den Kartellen. Also es ist halt, wie es in Mexiko läuft natürlich. Und es ist aber ein Thema, wo einfach niemand drüber redet in Mexiko. Man, solange man ja nicht die falschen Fragen stellt, lassen sie einen auch in Ruhe. Und man muss halt auf die andere Seite schauen. Und so habe ich keinerlei Probleme gehabt. Und mal ein ungutes Gefühl oder in diesen Situationen? Ich hatte ein einziges Mal ein ungutes Gefühl. Das war noch vorher in Baja California. Da bin ich durch die Wüste auf so einer ganz einsamen Straße gerannt. Und noch, ja, noch unweit der amerikanischen Grenze. Also auch eine Gegend, wo durchaus auch Entführungen und so weiter passieren können. Und da hat ein Pickup, oder so ein Kleinbus hat mich überholt, hat vor mir angehalten, gebremst und fünf Männer sind rausgesprungen. Und ich dachte natürlich, oh, das ist genau wie in den Filmen, keine gute Idee. Aber dann haben die angefangen, Musik zu spielen. Das war eine Gruppe Mariachis, die mir so ein Motivationsständchen singen wollten und mir auf meinem Live-Clacker gefolgt sind. Also war ein super Erlebnis. Aber für den ersten Moment habe ich dann natürlich schon gedacht, oh, das ist jetzt nicht gut. Also ich glaube, es ist zumindest in Mexiko nur eine Frage der Zeit, bis deine Tour durch das Land verfilmt wird. Also ich glaube, alleine über den Marathon in Mexiko könntest du noch ein weiteres Buch schreiben. Also das Buch, ich habe jetzt auch das Buch, das Limit bin nur ich herausgebracht. Das ist gerade in Nummer drei auf der Spiegel-Bestsellerliste. Das kommt jetzt auch in Spanisch raus und kommt im April auch in Mexiko auf den Markt. Und genauso kommt ja auch im April ein Kinofilm raus in Valle La Pena in Deutschland als erstes. Aber der kommt dann natürlich auch in Mexiko, weil das ist richtig. Mexiko ist ein großer Teil der Story und da war so viel Begeisterung, dass man das auf jeden Fall auch dort auf den Markt bringen muss. Aber was würdest du denn insgesamt sagen, war der überraschendste Moment während deines gesamten Triathlons? Jetzt vielleicht auch unabhängig von der Teilstrecke in Mexiko. Der überraschendste Moment, das war für mich ganz klar Mexiko. Also weil einfach jeden Tag irgendwas überraschendes passiert ist. Das ist ja das Tolle dran. Und da einen Moment auszusuchen, ist schwierig. Also das Drogenkartell, die Hündin, wie soll man, ein Einbeiniger ist, der hat zwei Krücken gehabt und nur ein Bein. Und der ist für zwölf Kilometer mitgehüpft. Und hat für einen Marathon trainiert. Das sind so Momente, wo man denkt, man ist jetzt im falschen Film. Gibt es sowas eigentlich? Nachdem du Mexiko dann durchquert hast, bist du ja wieder zurück in Europa angekommen. Bist das letzte Stück mit dem Fahrrad oder in Anführungszeichen das letzte Stück von Portugal aus mit dem Fahrrad wieder nach München gefahren. Und da stelle ich mir einfach die Frage, was waren deine Gedanken, als du wieder in München angekommen bist? Also was denkt man in so einem Moment? Also die Ankunft war natürlich grandios. Ich habe Freude und Familie für 14 Monate nicht gesehen. Und wieder zu sehen war natürlich was ganz, ganz Tolles. Und es ist auch so, dass eine Bestätigung für die harte Arbeit und das Ankommen war immer das Ziel. Also ich habe da auch keinerlei, sag ich mal, das war das Schwerste, aber auch das Tollste Jahr in meinem Leben. Aber den Gedanken, schade, es ist vorbei, den habe ich nicht, weil es ist jetzt einfach ein anderer Lebensabschnitt, der kommt und ein anderes tolles Projekt. Trotzdem habe ich nicht den Moment, wie man das jetzt sich vorstellt, wenn man jetzt, du sagst, du warst Sprinter früher und du gewinnst das Rennen und du hast von einer Sekunde auf den nächsten, hast du gewonnen. Und das hast du vorher nicht gewusst. Also es ist so, wie wenn man, man hat den Erfolg von einem Moment auf den nächsten. Und diesen Moment geht es bei mir nicht, weil ich weiß ja schon Monate vorher, dass ich es schaffe. Und für mich ist dann eher so das Ankommen und klar, es sind Emotionen, aber es ist mehr so die Bestätigung von dem Ganzen. Aber würdest du sagen, dass der Jonas, der in München gestartet ist, der gleiche war wie der, der dann über ein Jahr später wieder dort angekommen ist? Oder hat dich das auch so ein Stück weit verändert? Das hat mich natürlich massiver verändert in allem. Ich habe so viele Erfahrungen gehabt und vor allen Dingen zwei neue Disziplinen. Ich bin vorher Radfahrer gewesen und bin jetzt Ultraläufer geworden und Ultraschwimmer. Das gibt mir natürlich unglaublich viel Selbstvertrauen auch für zukünftige Projekte, weil ich halt jetzt auch sehe, ist klar eine gute Technik und ein bisschen Muskeln im Oberkörper helfen. Aber am Ende ist es eine Frage des Mindsets, der richtigen Einstellung. Und dann, ich bin Mexiko ja wirklich so bekannt wie Fußballspieler geworden. Und das mal zu erleben, wie sich das anfühlt und alles, also es ist was ganz anderes. Und auch jetzt, ich mache das seit vier Jahren als Beruf, Abenteuer, aber mittlerweile hat sich halt alles bei mir auch fast verzwanzigfacht an Medienanfragen, an Vorträgen, an Sponsoren und so weiter. Also es ist, mein Leben ist jetzt ein anderes, als es vorher war. Aber du hast es ja auch schon angesprochen für kommende Ziele. Was wäre denn so ein neues Ziel oder ein neues Projekt, was jetzt so ansteht in den nächsten Jahren? Also ich werde jetzt die nächsten Monate natürlich erstmal viel beschäftigt mit Vortrag, Buch und Film ETC und mache so ein paar kleinere Projekte. Zum einen verschiedene Bikepacking-Touren, aber ich werde auch nochmal längere Läufe machen, wo ich durchaus nochmal irgendwie um durch ein Land oder um ein Bundesland oder sowas herumrenne oder auch viel Trailrunning in verschiedenen Bergketten mache. Also es hat mich schon, Schwimmkarriere ist vorbei, aber Laufkarriere nicht. Und 2023 beginnt dann mein nächstes großes Projekt. Ich kann an der Stelle nur sagen, es ist mindestens so herausfordernd und interessant wie der Triathlon rund um die Welt. Es steht ihm nichts nach, aber ist natürlich noch streng geheim. Kannst du so einen kleinen Hinweis geben? Also ich sage mal, es wird wieder mindestens genauso kalt und genauso warm wie bei dem Triathlon rund um die Welt. Also da ist alles dabei von Sommer in der Wüste bis zu arktischen Temperaturen. Und auch dieses Mal, Fahrrad ist immer meine Lieblingsdisziplin, aber es wird dieses Mal nicht eine reine Fahrrad-Expedition sein. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Du, wir haben jetzt eben über das Buch und auch über den Film gesprochen. Wirst du da eine Tour auch machen in verschiedene Städte, dass man dich vielleicht auch mal live sehen kann? Genau, also es kommt im April kommt der Film Valenapena in die Kinos und ist dann auch im Sommer auf den Sommerfestivals und so weiter unterwegs. Und ich mache auch eine große Speaking-Tour. Jetzt im Frühjahr vereinzelt kleinere Vorträge und dann im Mai und im September gemeinsam mit der European Outdoor Film-Tour machen wir eine Vortragsserie, wo ich in praktisch allen großen deutschen, österreichischen und Schweizer Städten bin und die Geschichte von meinem Triathlon und um die Welt erzähle. Und die Links werde ich natürlich in die Shownotes packen. Und dann kommen wir jetzt zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Das sind im Prinzip fünf Standardfragen und da ist die erste immer, Was war dein schönster Moment jetzt bei dir, der schönste Moment während dieses Triathlons um die Welt, wenn man da überhaupt einen Moment herauspicken kann? Der schönste Moment für mich war definitiv La Coqueta, die Straßenhündin, die mir da gefolgt hat und dann adoptiert wurde. Und ich weiß auch jetzt, was mit ihr passiert ist. Also sie ist jetzt in so einem kleinen Dorf in Durango adoptiert worden, hat eine schöne Hundehütte, hat gutes Essen. Und es gibt dort einen lokalen Laufverein und die schicken mir mal Bilder und Videos von ihr. Und sie geht auch jetzt nach wie vor mit denen immer laufen und hat jetzt da von der Straße das Upgrade bekommen zu Mexikos berühmtester Hündin und ist jetzt da zur Ultrahündin geworden und läuft nach wie vor sehr, sehr viel. Und das war einfach ein ganz tolles Erlebnis. Also du hast sie fest in dein Herz geschlossen? Auf jeden Fall. Also es war ja, die ist mir wirklich überall hin gefolgt. Wenn ich irgendwo ins Supermarkt gelaufen bin, ich habe sie ja nicht angebunden oder sowas. Sie hat einfach auf mich gewartet und ist mir auf Schritt und Tritt gefolgt. Und auf der anderen Seite, was würdest du sagen, war so der schwierigste Moment während des Triathlons? Ich habe beim Schwimmen auch mehrere größere Querungen gehabt. Also ich bin ja normalerweise an der Küste entlang geschwommen, aber ich bin auch öfters raus auf, ich musste raus auf eine Insel oder eine Halbinsel, hat also Querungen von 6, 7, 8 Kilometer offenes Meer ohne Begleitboot. Und ich bin bei der ersten dieser Querungen in die Dunkelheit gekommen. Ich habe mich da irgendwie verschätzt, da gab es Strömungen, von denen ich nicht wusste. Und wenn man dann 3, 4 Kilometer vor der Küste alleine in der Dunkelheit im Meer ist, dann ist es ein ganz fürchterliches Gefühl. Also es fühlt sich immer so an, man ist hier am falschen Ort, man sollte hier nicht sein. Auch gerade das Mittelmeer ist ja auch eines der meistbefahrenen Meere, was Boote und Schiffe angeht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es aufgrund dessen ein recht gefährlicher Ort für solche Etappen ist. Ganz genau, also das ist auch der Grund, warum ich erst im September gestartet bin. Einfach um der, man würde immer denken, im Sommer ist es einfacher zum Schwimmen, ist auch richtig, aber da sind so viele Motorboote unterwegs, dass es einfach lebensgefährlich wäre. Und daher bin ich dann erst so spät in der Saison gestartet. Und ich hatte mehrmals auch größere Querungen, wo dann ja auch Fährlinien sind beispielsweise oder Frachtschiffe, auch ab und an. Und wenn man dann, auch wenn das noch ein paar Kilometer entfernt ist, wenn man das Frachtschiff sieht, dann wird einem schon anders. Weil man muss sich das vorstellen, vom Gefühl her, das ist wie wenn man über eine Autobahn rennt. Der Geschwindigkeitsunterschied, der ist so groß, und die sehen einen ja nicht, dass es praktisch unmöglich ist, davon zu kommen. Was vermisst du denn vielleicht aus diesem Triathlon, aus diesen über 450 Tagen? Also am meisten vermische ich Mexiko tatsächlich, die Überraschungen. Also was mich am meisten auch begeistert an Abenteuern und an solchen Projekten generell ist, dass ich morgens aufwache und ich weiß nicht, was heute passiert. Aber ich weiß, es passiert was. Irgendwas, was ich zuvor noch nie erlebt oder gesehen habe. Eine neue Landschaft, eine neue Begegnung. Und jetzt hier in Europa ist es auch mal schön, wieder Freunde und Familie und so weiter zu haben. Aber das Leben ist doch sehr geplant, mit einfach weniger Überraschungen. Und gerade das in Mexiko, dass man jeden Tag aufwacht und man denkt schon wieder, oh was gibt es heute schon wieder für eine verrückte Überraschung, das fehlt mir. Man hört auch, dass du das Land und die Leute wirklich so ein Stück weit in dein Herz eingeschlossen hast. Würdest du auch sagen, es ist eine zweite Heimat geworden? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin noch im Februar in Mexiko für so ein kleines Abenteuer in Baja Kalifornia und dann auch im Winter werde ich sicherlich wieder zwei, drei Monate in Mexiko sein. Habe da mittlerweile gute Freunde, also die auch weiterhin bestehen, die Freundschaften und habe super Kontakte. Ist jetzt mittlerweile auch, ist ja auch mein Job. Ist natürlich nie die Grundmotivation, damit Geld zu verdienen, aber es ist natürlich auch wichtig, dass man irgendwo von lebt. Und auch da ist Mexiko mittlerweile mein zweitwichtigster Markt geworden, weil ich einfach in Mexiko wirklich extrem bekannt geworden bin. Und daher, ja, es ist schon durchaus eine zweite Heimat mittlerweile. Und gab es auf der anderen Seite oder gab es während der Zeit auch bestimmte Dinge, die einfach genervt haben, wo du einfach auch froh bist, dass sowas momentan nicht jeden Tag auf dich zukommt? Ja, und da sind wir auch wieder bei Mexiko. Die Leute waren alle natürlich super nett und super freundlich, aber auch in Mexiko gibt es weniger Privatsphäre. Und ich wurde dann am Ende so bekannt, dass es teilweise auch schon nervig wurde. Ich bin 50 Kilometer gerannt, bin in eine Ortschaft angekommen und da gibt es dann Empfang von ein paar hundert Leuten und jeder möchte ein Selfie mit mir machen, jeder zieht an mir und möchte irgendwas von mir. Und nach 50 Kilometer Rennen, da will man einfach nur was essen und schlafen gehen. Und ich weiß jetzt so, wie sich das mal anfühlt, wenn man ein richtiger Promi ist. Und das ist mal eine coole Erfahrung, aber auf die Dauer ist das nicht schön. Und das hat am Ende ganz schön genervt. Meine letzte Frage ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen und Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen? Das Schwierigste ist es immer, an die Startlinie zu kommen. Also das Schwierigste ist es, letztendlich den Träumen zu folgen und mal was anderes zu machen. Wir alle haben ja Ideen, wir haben Träume, wir haben Projekte. Sei es in meinem Fall ein Dialog, um die Welt zu machen, für einen anderen vielleicht mal eine Weltreise, ein eigenes Unternehmen zu gründen oder ein anderes neues Sportprojekt auszuprobieren. Und die meisten Leute, die meisten Projekte scheitern, bevor sie überhaupt beginnen, weil es immer einfacher ist, nichts zu verändern. Es ist immer einfacher, den normalen Weg zu gehen. Und der normale Weg, der ist komfortabel, ja, aber man wird dabei auch näher über sich hinaus wachsen und was Besonderes erleben. Daher den richtigen Zeitpunkt gibt es nicht, der ist aber meistens jetzt. Das heißt, wenn man was Neues machen will, wenn man was Besonderes, eine Idee hat, dann sage ich einfach immer nicht überplanen, sondern einfach nur machen und es lohnt sich. Man wird mal scheitern dabei, aber gehört auch dazu. Jonas, vielen Dank für dieses Interview. Sehr gerne, hat mich gefreut. Und das war es auch schon wieder mit der neuesten Folge vom meinathlet-Leichtathletik-Podcast. Und vergiss nicht, mit dem Gutscheincode meinathlet10 erhältst du 10% Rabatt auf das gesamte Nova Phone-Sortiment. Mehr dazu in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mehr dazu in den Shownotes. Mehr dazu in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.